ja hi und willkommen mein name ist dann ihre europäer und ich bin bettel mario bros da begrüßt euch zu braucht ja dem wahrscheinlich letzten part ja bin ich jetzt weg ja aber ich hole dich wieder mein euro zum beispiel jetzt kann es losgehen ja und da bin ich wieder weg da habe ich mir gerade die mühe gemacht und darf und dann verabschüßte ich einfach so das passiert manchmal das kann ja genau das kann passieren da habe ich schon wieder mit ihr machen da bin ich schon wieder damit wir sterben kann ich kann nicht dran kam es nicht daran glaube ja okay so das geht auch ah 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 Oh Ja, noch sind wir am Leben. Nein. 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 Ich bin da oben. Nein, der reicht nicht. Ach, aber das war noch einer. Ah. Ah. Ja. Ja, ja. Ich stehe mir gerne so vor, wir haben einen Hubschrauber. Um so einen Typen, der irgendwie voll eine Gitarre im abgehen ist. Hier ist man ja. ok 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 wird ein bisschen weiter gehen geschnitten ja ich habe mich geschnitten mehr oder weniger weg ja ich bin der auserwählte doch so ich hab gut das hier hat sich kaputt das gerät da oben gefangen hat sie mit dem sperr die fliege ging bei mir nach oben unglaublich zwei cowboys ich kann doch gar nicht sterben high five pro high five gibst du mir kein und jetzt ist er tot ich glaube da oben ist das ziel ich habe ihn der kopf muss gegeben ich glaube du hast ihm keine kopf muss gegeben ich habe hier ich glaube da ist der finale was okay oder mein gott ich bin sie schwarzen nein dieser eine das frieden gestehen der falke macht mich fertig ich wollte dich wieder belegen erstmal wollte ich die stachen kaputt machen diese jahre ist ich weiß es war jetzt das werk von sachen ja professional ja ich weiß ja er macht ich wollte noch nicht mal sehen was er gemacht hat da bin ich das ist ein gegner ihr habt keine ahnung was wir machen müssen wir müssen ja erledigen wir nicht erreichen diese liegende deswegen bin ich gestorben ich habe keine ahnung wer drin bleiben ich glaube wir müssen die erledigen vielleicht weiß ich jetzt ein versuch werden ok vorsichtig der boden geht dann unter sofort kaputt ja ja genau so ja wie soll man denn da auch mal hin vielleicht ist man da unten ich weiß nicht ich habe mir jetzt los da müssen wir bestimmten durch unterstützung ja dann war mit fallschämterei sehr cool ich glaube jetzt kommt wirklich das finale ich will es behaupten das muss es sein so logisch man ja stimmt wir sind ja in der hölle du hast mir empfohlen unter den füßen weggezogen geheimnis wir sind amerika und wir nicht und das ist das problem ja wer zu amerika seit amerika textuell hat ein kleinere typen sich gerade ich habe gerade mein spiel aufgeladen ein Every country belongs to America, even hell! Ich weiß nicht, wie geht es? Ich weiß nicht, wie geht es, wie geht es zu Amerika! Special! Special! Ja, den habe ich frei gestorben, bin direkt gestorben. Was ist so? Boneworm! Talking for Terror! Mein Gott, die Schüsse haben voll Schaden gegen ihn gemacht, ey! Aber ja, einfach! Kurz Zeit! Okay! Yeah! Einfach da rein! Moment, die Musik klingt anders! Haben wir es vielleicht auch zu? Weiß ich nicht! Es geht nur weiter! Let's go! So! Und da war ein Auto! Ja, ein Auto! Au! Staffel! Nein! 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 Ich bin tot! Oh Gott! Nein! Nein! Ich bin tot! ій Papa! Ich bin tot! Mann! Also! Ich bin tot! Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Zeige! Ich bin tot! Peine trink UM! Nein, ich habe mich da erreicht. Werte mich, mein Bro. Give my best, mein Bro. Nein, was in der unten los ist. Irgendwas cooles. Oh mein Gott, ist das ein Pentagramm? Was auch immer ist wahr, ist das der Blick? Ah nein! Ja, so wie du jetzt. Ja. Genau so. Nein! Ah, Mann! Oh, sehr gut. Oh, go, go! Oh, Gott. Ich glaube, ich nehme die Einbewegung. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein! Waaah! Nein! Ehh... Oh Gott. Ehh... Oh. Okay. So. Oh, ohne Barbar. Technologie! Weiter zu kommen. Nutzen die Technologie! Oh Gott! Haben gerade gesehen, was da war. Oh, nein! Versuchen wir zum Checkpoint-Sussloff, dann kann ich mich noch mal wiederbeleben. Oh. Also, wird dazu... Nö. Schade. Nee, geht nicht. Wahrscheinlich erst beim ersten aktivieren. egal du schaffst das schon nein können ja und ja so ja 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 Oh, fahrrad direkt! Warum krieg ich so irgendeine Arme? Oh Gott. Oh, da kommen Todköpfe raus. Good last thing. Oh, no, 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 no. What? Nein! Come on, Alex. Yeah! Ah! Ah! Das war von! Ich bin weg! Oh nein, ich bin tot! Nein! Nein! Ist nicht offen! Jetzt! Ja, das ist offen! Mary God! Letzte Level ist ein bisschen lang, glaube ich. Mann, wie lang ist das Level denn noch? Es muss doch irgendwann mal zu Ende sein! Ich bin tot. Nein! Das ist völlig gut! Ja! Oh, euhe! ich weiß noch was ich jetzt gerade bock habe bei dann der kreis bei stück vom link das wird zu viel scheiße auf dem bildschirm da kommt manchen ich habe mich da nicht getroffen ok tot jetzt die frage wie kommen wir da hoch haben wir hier ich glaube nicht dass da oben das ziel ist nein nein wir müssen das ding da benutzen ich bin genau das ding da andere richtungen da ist das ding genau wie das ding Ja, stehst du auf? Perfekt. Genau in Richtung. Nein! Das hat nicht so funktioniert. Nein! Nein! Hö! Hö! Hallo? Einfach nach oben. Einfach nach oben. Nein! Überweb! Total! Sei bereit! Yeah! America! Testosteron! Gegner. Ist ja übertrieben. Oh Mann, ist das Level immer noch nicht zu Ende? Also komm, langsam ist es echt lächerlich. Ich will, dass das Level jetzt auch mal zu Ende geht. Nein! Nein! Oh! Das alles in einem Leben zu schaffen, ne? Da muss man ja der absolute Überskiller sein. Mal voller Überbro sein. Ja! Ja! Der Überskiller und Überbro. Yeah! Komm mal zu mir runter, da unten ist noch jemand. Äh. Nein! Nein! Das geht mal hoch. Warum ist nichts? Hier ist nicht das Ende. Ähm. 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 piehl, piehl, piehl. Schlechtes Timing Nein Ja, super Ja, super Ja, super Ich hab mir zwei Oder auch nicht Ja, super Okay, einer ist weg Da ist ein anderer Ja Ich bin tot Ja Ja Ähm Lass mich da rein bitte Ich bin tot rein Ähm Der Butter ist noch nicht bereit Warum nicht Weil ich nicht Ich komme nicht raus Ich kann mich ja nicht bewegen Okay Ich steck dir da voll hin Ja Aber Ey, der Baby Cow Aber ich wollte aber nur Freiheit Nein Das genügend Freiheit gegeben 3 2 1 Go Let's get in my right Oh 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 Also ist er Er der final boss Das war ein bisschen weiter Seitan Kann ich auch hier Kann ich auch hier Kann ich auch hier Ich hoff den damit aber nicht Throw them Throw them Oh Ja, ich hätte gerne einen anderen Ähm Hallo Ich kann mir die weg Da wollte Das kann doch nicht alles sein Ich meine, es ist fucking Satan Ah Ah Oh Gott Oh ja Amerika Ah Amerika Ah 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 Nein Mein Platz Für Amerika Ah Irgendwie nimmt er keinen Schaden Ah Ah Nein Ah Ah Nein Ah Ah Nein Er hatte nur so ein Fetzliche gehabt Aber wir hatten noch voll viel gehabt Weil wir hatten nur so einen ganz kleinen Bein gehabt Bro Dann Bro man Oh 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 mein Gott Oh mein Gott Noch ein neue Charakter Hey Was? Ich bin tot Oh ja Okay Feuer gegen Feuer Ja, ich ziehe ihn nicht. Oh. Die Hölle heiß. Nein! Nein! Was ist das denn für die Scheiße? Oder ich will dich mal rede ich will jemand anderen sein. Oh, ihr halt! Lebt noch. Okay, lebt er irgendwie noch da. Ja. Wo bin ich? Dann bin ich. Ich hau ihn. Ich hau ihn. Ich hau ihn. Ich hau ihn. Ich hau ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Dann ist er. ja 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 muss ja noch ein paar leben jetzt kommen nein einfach drauf gar nicht und er hat noch ein ganz kleines bisschen bei mir ja bei mir du bist die schwarzen ja ich glaube es doch aber geschafft und please please tell tell me we did ich glaube wir haben gerade satan jetzt auf die fresse gehauen jetzt geht es weiter okay oder okay den sprung nie im leben schaffen ja ich glaube wir müssen rennen das war am besten warum warum mir sofort gerannt aber nicht so war ja 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 ja